Hallo, hier ist Gesche von gestempelt. Heute dreht sich alles um das Thema monochrom. Und da ich ja clean und simple mag, mag ich auch monochrom. Und ich habe das Video jetzt gedreht im August und da der August sich im Moment angefühlt wie der Oktober, habe ich schon eine ziemlich herbstliche Karte hier gemacht. Da habe ich verwendet das Stempelset Georges Leaves und das kombiniert mit dem Stempelset freundliche Grüße und zu den Blättern gibt es ganz tolle filigrane Stanzformen. Und da habe ich hier das Ahornblatt benutzt. Und jetzt möchte ich einmal diese Karte schnell mit dir zusammenbasteln. Ich habe Savanne und Espresso verwendet. Savanne habe ich eine Grundkarte, die ist 14,9 mal 21 in der Mitte gefällt, bei 10,5. Da kommt jetzt als erstes der Spruch drauf. Danke für all die kleinen Dinge und dein großes Herz. Das ist doch ein schöner Spruch. Da fällt einem doch bestimmt gleich jemand ein, für den man die machen kann und an den man die verschenken kann. So, das aufgestempelt auf die Grundkarte. Dann habe ich hier ein Stück Espresso, das ist 10,5 mal 10,4 Zentimeter groß und ein Stück Savanne in 10 mal 10,4 Zentimeter. Und hierauf stempeln wir jetzt einfach ein paar Blätter und wir lassen aber hier unten diesen Bereich frei, damit wir da gleich noch das Ahornblatt aufkleben können, ohne dass das jetzt irgendwie viele andere Dinge verdeckt. Weil das hatte ich in meinem ersten Muster gemacht und das sah irgendwie komisch aus. So, also hier diese drei Blätter aus dem Stempel-Set dann einfach hier wild in den Hintergrund stempeln. Das reicht mir so schon und das klebe ich jetzt einmal auf das Papier in Espresso. Muss ich noch einmal kurz messen. Das ist 10,4. Das ist, ne, bei 10,5 mal 10,4 kann ich mit blauem Auge nicht erkennen, wie ist es quer oder hochkant. So, das kleben wir jetzt einmal hier möglichst mittig auf. Und das kommt dann hier auf unsere Grundkarte. Und jetzt habe ich das Blatt in Espresso ausgestanzt und da habe ich mir schon wieder ein Stück Espresso genommen und habe da unsere Klebefolie hinter geklebt, sodass ich das gleich flächig aufkleben kann, ohne Kleber zu verwenden und dass mir da irgendwie nichts an den Seiten rausläuft. Das stanze ich mir jetzt hier einmal schnell aus. Und dann hole ich mir das Blatt einmal aus der Form. Dann bleiben jetzt so ein paar Zwischenräume hängen. Da gehe ich einfach so ein bisschen mit den Fingern drüber und wenn noch was hängen, trotzdem noch was hängen bleibt, dann bleibt das gleich meistens an der Klebefolie hängen. Also das ist dann gar nicht so fummelig, wie das im ersten Moment aussieht. Dann entferne ich hier die Folie. Und schau, dann sind schon alle Zwischenräume frei. Und dann kommt das Blatt hier einmal drauf. Und dann kommt unser schöner Leinenfaden zum Einsatz. Ich habe hier tatsächlich noch ein bisschen alten Bestand. Das war was, was ich mir dann immer noch für restliche Shopping-Vorteile ausgesucht habe. Also inzwischen ist der, glaube ich, auch schon oft, also ist der schon auf einer Rolle, der Leinenfaden. Und wenn das hier jetzt aber auch, wenn ihr noch den alten habt, der ist ja so auf Papierkarten, dann kann man immer gut mit der Schere nochmal lang gehen, damit die Ecken raus sind. Und dann nehme ich mir einfach ein Stück Faden und wickele den jetzt hier so ein paar Mal um meine Finger. Ein bisschen länger kann das ruhig sein. Und mache mir hier so eine Doppel- und Dreifach-Schleife draus. Ich weiß nicht, ob du das hörst, aber im Hintergrund knabbert Bella an ihrem Knochen rum. So. Noch so ein bisschen zurecht zuppeln. Den ersten Knoten rein. Und diese Blätter sind tatsächlich totale Basics, wie ich finde. Also die finde ich total schön, auch gerade das filigrane. Dann ist die eine Seite hier jetzt so lang. So. Noch ein Knoten. Die Enden ein bisschen abschneiden. Und dann klebe ich das Ganze mit einem Klebepunkt fest. Dann kriege ich die hier noch gleichmäßig gezogen. Wird nicht besser, je mehr ich da dran ziehe. Eine Ohr hier bleibt immer lang. Aber das ist egal. So. Und dann nehme ich mir hier einen Klebepunkt. Drücke die Schleife da drauf und mache so ein bisschen den Überschuss kleben. Knicke ich mir einfach so ein bisschen um. Und versuchen will ich das ja jetzt noch, ne? Nee. Und dann klebe ich das hier einmal auf das Blatt. So. Und fertig ist die monochrome Herbstkarte. Ich hoffe es hat dir Spaß gemacht zuzugucken. Guck unbedingt bei den anderen Teilnehmern des YouTube Hops vorbei. Ich bin schon ganz gespannt, was die Mädels gewerkelt haben. Und ja. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir ein Däumchen da und abonniere meinen Kanal. Und wie immer findest du alle Angebote auf www.gestempelt.de. Und ich freue mich, wenn du aktuelle Stampin Up Ware bei mir bestellst. Schau dir unbedingt mein Bonuspunkte-Programm an und wirf auch einen Blick auf mein Neukundenangebot. Bis ganz bald. Tschüss.